Ich mache mal Fotos nebenher, ne? Ja, sehr gerne. Damit wir das auch im Bild festhalten können, halb was er da trifft. Herzlich willkommen zur 11. Folge des Kreativ-Depot-Podcast. Raus aus der Pause und direkt rein ins Bastel verbunden. Wir haben wieder Piet mit an Bord und Carmen bespricht mit ihm heute in ihrer Einstiegsfolge die Produkte des letzten Freutages. Ein wenig Bastelei ist natürlich auch wieder mit dabei. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Äh, ja, hallo. Zur neuesten Ausgabe von Ausgestanzt und Ausgefragt. Eigentlich ja Folge 11, aber ich nenne es lieber Folge 10.1. Ja, das finde ich gut. Denn ich habe eine neue Gesprächspartnerin vor mir sitzen. Stell dich uns doch einmal ganz kurz vor. Also, ich bin die Carmen und bin bei Kreativ-Depot zuständig, hauptsächlich für Projekte fürs Videobasteln und für Workshops und fürs Zoom-Basteln. Das sind eigentlich so meine hauptsächlichen Tätigkeiten. Und wir sitzen nicht irgendwo, wir sitzen hier bei dir zu Hause, denn du machst das überwiegend von hier aus, richtig? Ja, fantastisch. Halt, ich darf fast alles von zu Hause aus machen. Nur für die Workshops fahre ich ins Büro. Ansonsten mache ich das alles von zu Hause. Hier vor meinem Tisch aus meinem unglaublich schönen Bastelzimmer. Was früher mal Joost-Zimmer war. Ah, okay. Wie bist du zu Kreativ-Depot gekommen? Zu Kreativ-Depot bin ich gekommen während der Corona-Zeit. Ich durfte als Kosmetikerin nicht arbeiten und mit vier Kindern wurde das hier halt ein bisschen eng, was das Geld betrifft. Und deshalb bin ich irgendwie über Ina, eine gute Freundin von mir, die ja auch bei Kreativ-Depot ist, die hat mir gesagt, dass Marion dringend jemanden bräuchte, zwar für ganze Tage, aber ich wusste ja nicht, wann ich wieder anfangen kann zu arbeiten und deshalb habe ich erst mal für ein paar Stunden angefangen und habe da die ganzen Pakete mitgepackt, gepickt und also die Sachen rausgesucht, verpackt und ja, so bin ich da reingerutscht und bin da immer noch. Sehr schön. Und nun sitzen wir hier zusammen. Und nun sitzen wir hier zusammen und ich bin ein bisschen, ach, gucken wir mal. Ach, das wird schon. Du machst das schon. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt von Folge 1, da war es auch dann bei Jess so, oh, ich weiß gar nicht, wie wird das um dich so ganz ruhig. Ja, genau. Oh, ich glüh. Das wird schon. Was werden wir heute mal machen? Was hast du da so vor dir liegen? Heute werden wir über die Produkte sprechen, die am Freitag ins Freitagsfreu-Video kommen. Und dann würde ich gerne mit dir was damit machen. Okay. Was haben wir denn da so Schönes? Wir haben zwei Prägefolder mit kleinen Schiffchen, eins nur mit Schiffen, eins mit Schiffen und Ankern. Ja. Und wir haben Prägefolder, die aber auch gleich stanzen. Auch eine richtig coole Geschichte. Ah, okay. So, ah, könnten wir eigentlich auch ausprobieren. Ich glaube, das probieren wir mal aus. Denn, es kommen auch noch diese Puppi-Sticker und dann können wir das erst mit der Big Shot durchnudeln und dann kannst du mal gucken, welche Aufkleber du toll findest, die du da aufkleben willst. Und vielleicht finden wir auch noch einen schönen Spruch. Und dann gibt es noch ein Bundle, Schwimmbad Walross. Okay. Und mit Stanzen dazu, Outline-Stanzen. Finde ich ja immer ganz toll. Die sind auch witzig. Also man kann da bestimmt tolle Sachen mitmachen, aber die muss man kolorieren. Und ich bin, ich mache zwar gerne was mit Farben, aber mir dauert das immer zu lange. Und deshalb fange ich da immer nicht mit an, weil bis ich halt so ein Walross ausgemalt habe, glaube ich, brauche ich irgendwie drei Stunden. Zeit und Ruhe. Und dann gefällt es mir nicht und dann war die ganze Zeit umsonst. Ja, das ist das. Was jetzt reinkommt. Und dann kommt noch ein Stempel-Set rein. Mit Muscheln. Auch zum Ausmalen. Ich habe es aber nicht ausgemalt, sondern ich habe nur eine Box gemacht. Und zwar eine Box für eine Kerze. Wir haben Mittwoch vor 14 Tagen eine Stanze drin gehabt, eine dreieckige Stanze von Moda Scrap, die relativ schnell ausverkauft war. Und ich habe sie jetzt einfach mal... Achso, und im Büro habe ich noch geguckt mit der Anja, ob da eine Kerze reinpasst. Passte aber nicht. Oh, okay. Und deshalb habe ich gesagt, ich rechne sie mal um, damit eine Kerze reinpasst. Und wenn... Dann... Also, es ist eine ganz einfache Box. Natürlich ist es mit einer Stanze immer toller. Die Nudel ist einmal durch. Ja. Dann ist sie fertig und klebe sie zusammen. Die musste man noch nicht mal zusammenkleben. Aber viele Stanzen kann man einfach unglaublich schnell umrechnen. Ja. So. Also, die war jetzt wirklich nicht schwer. Und deshalb habe ich da die ein bisschen größer gemacht, damit da eine ganz normale Tafelkerze reinpasst. Und da habe ich das Papier halt einfach bestempelt mit den Muschelstempeln. Obwohl sie eigentlich auch zum Ausmalen sind. Aber der Spruch, der da drin ist, ist auch echt wunderschön. Und das sieht man in dem Video auch ganz gut. Sehr schön. Den habe ich aber nicht mehr hier. Macht nichts. Nö. Ich denke, wir haben genug andere Spielsachen auf dem Tisch. Das denke ich auch. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, ich gebe dir jetzt mal den mit den drei Anhängern. Ja. Und gebe dir ein Stück Papier und dann nudelst du es mit der Big Shot mal durch. Möchtest du eine bestimmte Farbe? Nö, eigentlich nicht. Such du mal aus. Nö. Such du mal aus. Dann würde ich sagen, nimm dir mal unser Basic-Papier. Ich finde, die sind alle total schön, weil sie so zart sind, pudrig sind. Und man kann das einfach unglaublich gut immer als Basis nähen. So, dafür messe ich dir mal aus, wie groß das Stück Papier sein soll. 11 mal 5 zu 5. Das schneide ich dir mal. Das ist nett. Das ist lieb. Wahrscheinlich greife ich dir sowieso immer wieder dazwischen. Nein, aber du kannst das ja. Du hast ja schon ein bisschen was gelernt. Ich habe ja schon mal eine eigene Karte gebastelt. Ich habe ja so eine Art Tüte gestanzt. Die konnte ich schön jetzt zur Konfirmation weiter verschenken. Toll, ne? Weil da auch der Anhänger denn mit Negativstanze da zur Konfirmation drauf war. Ja, perfekt. Also doch, so ein bisschen was habe ich noch mitgenommen. Okay, und weißt du noch, wie das funktioniert? Ja, also wir haben ja jetzt hier unser Sandwich. Genau. Wir haben ja eine Rauskurbeln dazu. Ja. Dicke Platte. Du hast jetzt auch hier zwei dünne Platten. Ja. Und zwischen die zwei dünnen kommt jetzt unser Papier. Und das habe ich ja von Jess gelernt. Ja. Oder die Stanze oben drauf, weil dann siehst du auch, dass du sie zentriert hast. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Aber, jetzt sage ich dir was. Das ist ja ein Prägefolder und Stanze in einem. Ja. Prägefolder legst du das Papier immer zwischen diese beiden. Was sie meint? Ja, Prägefolder sagt der Name schon. Folder ist zu Deutsch Mappe oder Ordner. Es ist ein Kunststoffumschlag, in dem diese Stanze oder Stanzen drin liegen. Also wird das Papier in diesen Plastikumschlag gelegt und dann durch die Big Shot, also durch die Stanzmaschine gejagt. Also das ganze Ding. Genau. Das bleibt so. Ah, okay. Dann legst du das jetzt drauf. Ja. Dann klappst du es zu. Legst es auf die erste Platte. Zweite Platte. Oh, da brauchen wir eine andere Grundplatte. Achso. Weil diese wäre sonst zu dick. Dann kriegst du es gar nicht durchgekurbelt. Das müssen besser sein. Genau. Die ist halt nur, wenn wir ganz normale Stanzen benutzen. So. So. Das hört sich gut an. Wer so sagt, hat Reserven. Wer so sagt, weiß nicht weiter. Hab ich mal als Sprit drauf. Aber das sieht doch schon gut aus. Das sieht schon ziemlich gut aus, ja. So, also jetzt haben wir hier drei Anhänger. Drei Anhänger. Oh ja, das sieht echt schick aus. Einmal mit einem Herzchen in der Herzunggitter, dann mit einem Stern. Ja. Einmal mit einem Häuschen, wenn ich das richtig deute. Ja. Super. Ach, das sieht doch schon mal toll aus, oder? Das sieht toll aus. So, dann haben wir drei Anhänger direkt fertig. Ich meine, könntest du rein theoretisch hier selber was reinschreiben. Ja. Oder ich suche jetzt mal ein Stempel-Set. Und zwar heißt das Gräser. Und da sind die Sprüche so schön klein, dass ich denke, wenn du dir einen, der von der Breite her passt, aussuchst, dann kannst du den da reinstempeln. Und ich suche dir noch ein Stempelkissen raus. Hier hast du noch ein Acrylblock. Ja, genau. Und hier hast du ein Stempelkissen. Das ist jetzt, wie heißt das nochmal? Versamagic heißt das. Genau, Versamagic. Oasis Green. Yes. Oh, Oasis. Oasis. Coole Musik, ne? Ja, aber hallo. Alle denken immer nur an Wonderwall. Dabei haben sie so viele geile andere Lieder noch gemacht. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ich nehme mal den mit Sternen. Also jetzt aber über die Linien. Weil in die Linien, glaube ich... Du, such mal. Ich glaube, es passt auch dazwischen. Probier es doch mal aus. Hast ja drei zum Probieren. Ich probiere es mal aus. Oh doch. Das siehst du, passt auch perfekt. Passt genau dazwischen. Ja. Finde ich gut. Ach, toll. Das hast du aber richtig gut hingekriegt dann. Danke. Das mache ich. So, und... Sehr gut. So, und was man den anderen beiden... Du schaust auch noch, oder? Ja. Gut. Dann gib mir den nochmal, dann mache ich dir mal eben den Stempel sauber. Ja, sehr gerne. Und gib dir einen anderen Acrylblock. Weil diese Stempelfarbe braucht ja auch ein bisschen länger, um zu trocknen. Ja. Und ich weiß nicht, wo... Was hast du da jetzt zum Reinigen? Ist das, was Majez mal andeutet, dieses Reinigungskissen quasi? Genau. Das ist ein Reinigungskissen halt. Gibt es ja von ganz vielen Firmen. Ich glaube, wir haben das im Shop nicht. Ja. Aber das... Ich habe mir halt so ein bisschen Wasser, ein bisschen Spülmittel halt drin. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein schwarzer Teppich, wenn ich das sage. Ja, genau. So, so Mikrofaser. Ja, ja, genau. So was in der Richtung. Und dann sind die Stempel immer gleich wieder schön sauber. Und ich kann die wieder da hin kleben, wo sie hingehören. Das stimmt. Sei glücklich. Ach Gott. Ich überreiche immer. So, hier hast du noch eins. Super. Toll, das ist doch ein Service, ne? Das läuft. Ja, läuft. Läuft. Jetzt habe ich ja nämlich den Anhänger mit Herzchen. Da hätte ich auch vorhin schon den anderen mit Dich mag ich nehmen können. Ja, das stimmt. Aber alles Liebe. Ach, das passt doch auch heftig. Das passt doch auch. Ich finde, das ist eh ein schönes Stempelset hier mit den Gräsern. Kann man auch... Könnte man rein theoretisch, könntest du jetzt auch hier oben drauf irgendwie ein Pflänzchen machen. Stimmt, ja. Ich finde, ein davon könnten wir so machen. Mit dem anderen, da kriegen wir Pappi-Sticker drauf. Jetzt gebe ich dir nochmal eine andere Farbe. Kriegst du mal den für die Pflanze? Ja, das ist jetzt Heind of Pesto. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na? Ja. Wer sich das wohl ausdenkt. Da sitzen die lange vor und denken so, wie nennen wir das Ding? Denn Grüne... Nee, Grün ist doof. Wir haben fünf verschiedene Grüntöne. Hellgrün, heller Grün, noch heller Grün. Nee, nee, ist das doof. Wir nennen es... Ich habe es. Heind of Pesto. Ja, schreib auf, schreib auf. So in der Art. Ja, genau. Aber basteln war schon immer so deine Leidenschaft? Oder kam das auch erst jetzt so in den letzten Jahren? Nee, 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 nee. Ich mache das schon ganz, ganz lange. Okay. Also ich würde mal sagen, eigentlich ist Papier schon immer meins gewesen. Angefangen mit Tapezieren und Laternen für die Kinder basteln und so. Also ich finde, das ist einfach immer... Also ich kann mich total gut damit entspannen. Und natürlich ist jetzt das Basteln ein bisschen anders, weil es eben auch Job ist. Klar, natürlich. Aber ich finde immer so... Ich liebe es einfach, hier am Tisch zu sitzen und zu sehen, was man aus Papier so machen kann. Und es ist auch so deine Ruhepol. Ja, unbedingt. Also ich setze mich lieber... Also ich bin kein Fernsehgucker. Also ich sitze lieber hier und versuche irgendwie was Neues aus meinem Kopf rauszukriegen, als dass ich mich irgendwie beriesen lasse mit irgendwelchen Quatschen, so wie du keiner wissen willst. Aber gut, halt das ist... Die einen entspannen sich so, die anderen entspannen sich halt so. Und ich mache lieber sowas. Bei mir ist es zum Beispiel halt die Musik. Ja. Entweder ich mache Musik oder ich höre Musik oder ich bearbeite irgendwas oder auch das hier. Also in unserem Podcast vorzubereiten, das macht mir unheimlich Spaß. Ja, es ist toll. So tiefenentspannt, würde ich sagen. Ja, wirklich. So, guck mal. Jetzt kriegst du noch ein paar schöne Aufkleber von mir. Mhm. Und dann kannst du mal gucken, welche du da oben drauf machen möchtest. Ja, da würde... Ja, da brauchst du nicht mehr. Genau. Sonst wird es zu schwer. Ja, das ist auch zu viel. Ich finde ja immer weniger ist mehr. Genau. Aber diese Anhänger sind doch toll. Kurbelst du einmal durch, hast einen Anhänger, der ist geprägt. Da brauchst du nur noch mal gucken, was du gerne drauf hast. Aber das muss man erst mal wissen, dass also diese Glatte, sag ich mal, in der hier drinnen liegen, dass die quasi zum Stanzen mitgebraucht wird. Irre, ne? Das ist eigentlich eine gute Sache. Was für eine tolle Technik. Ja, das hatte ich ja schon auch zu Jess gesagt in einer Folge, als wir auch mal gestanzt haben, überhaupt, also ich habe auch bei dieser Tüte, die ich gebastelt habe, wirklich gedacht, da sitzt du mit einem Lineal und einem anderen Schneidbrett und schneidest dir dasselbe, auch penibel ausgemessen, penibel da zusammen und nee, dann so und so und alles zusammengeklebt und nö, es gibt eine fertige Stanze, einmal durchrauschen, zusammenkleben, tschüss. Ja, deshalb lieben, glaube ich, auch so viele diese Stanzen, die man wirklich im Zweifelsfall zweimal durchnudelt halt und dann ist es fertig, ne? Ja. Und gut, dann gibt es natürlich noch die anderen, die viel mit dem Plotter machen. Finde ich, kann man auch extremst schöne Sachen mitmachen, aber ich streut mich immer noch dagegen mir ein, anzuschaffen. Ah, sind sie natürlich auch nicht gerade günstig. Ja. Und, ach, im Beruf finde ich immer irgendwie einen halt, der mir was plattern würde. Okay. So, und die Schachteln, die man, deshalb komme ich drauf, die Schachteln, die man mit dem Plotter macht, die erkennst du sofort, weil die so eingekehrt sind, wo man das Papier knickt. Und hier machst du ja wirklich eine richtige Falz. Ja, genau. Also, ich bin ja immer lieber für das Basteln so. Die sind auch cool, ne? Die sind cool, ja. Ich bin ja auch früher aufkleber, aufkleber. Ich bin ja die Generation Stickeralbum. Ja, genau. Und dann, weiß ich noch, so hier in Haselfeld, wir sind ja hier in Haselfeld. Beim alten Rewe gab es damals am Paschberg einen Kiosk. Und da gab es, glaube ich, bestimmt drei von diesen Drehständern, nur voll mit Stickern. Und du warst der Star in der Klasse, wenn du diese mit Plüsch hattest, diese fein weichen, oder welche, die im Dunkeln leuchten, oder diese hochglasierten. Dann warst du King oder Königin. Gab es nicht auch so Sticker, wenn man da so rübergerubbelt hat, dass die dufteten? Ja, genau, die gab es auch. Ich meine doch, dass ich irgendwie in meiner Schulzeit damals mal so einen Nelkenaufkleber hatte. Und der duftete wirklich nach Nelken. Also es hat mich so fasziniert, dass ich das auf jeden Fall immer noch weiß. So, hier, die Qual der Wahl, ne? Weil, also dieser Ausschnitt oben, halt, dieser Schlitz, der ist ja wohl sowas für Garn gedacht. Ja, und du hast hier einmal das komplette Lager stehen. Ja. Einmal die komplette Farbportfolio des Herstellers, würde ich sagen. Ja, fast. Oh, da kann ich mich jetzt echt nicht entscheiden. Okay, ich helfe dir mal. Grundfarbe ist grau, guck mal. Ja. Was ist denn, wenn wir den nehmen und dann noch eine andere Farbe dazu? Also den finde ich auch gut, halt, zu dem Stempel da. Mhm. Ja, das wird passen. Und da ist ein bisschen dunkleres Grün. Finde ich das hier vielleicht auch. Das ist sogar fast das Gleiche, ja? Ja. Ja, das Grau finde ich, glaube ich, ganz gut, obwohl ich finde, das könnte auch ein bisschen wärmer sein. Ich glaube, wir nehmen das. Guck mal, wenn du immer, also ich, macht natürlich auch jeder anders, aber ich nehme ja gerne immer zwei mindestens, oder sogar drei, damit man oben halt so ein bisschen, ähm, ein bisschen Farbe, ne? Ja, genau. So, also. Was ist denn, wenn wir den Kiet reinnehmen? Ja. Und dann kannst du bei dir, obwohl hier muss ja eigentlich was Rotes oder Orange, ne? Rot oder Orange, genau. Wegen dem Eis, was wir hier draufgeklebt haben, genau. So, finde ich ganz gut. Oh, da finde ich das sogar besser. Ja, ne? So ein bisschen kräftiger. Genau. So, und noch? Weil das da auch drin vorkommt, würde ich sagen, hier zum Beispiel so ein Rot hier. Ja. Gut. Okay. Gut. Den Grauton kannst du da noch wieder zunehmen. Ja. Ich finde es ja immer gut, wenn man ein bisschen längeres Band nimmt. Ja, wie ungefähr? Ja. Ja, mal. So, ja. So. Und dann kannst du mir das mal noch einmal geben. Mhm. Und dann schieb das mal von hinten durch. Ah, okay. So. Ja. Na, komm her. Halt mal fest, bitte. Also, ja. Nicht loslassen. Nicht loslassen. So. Ah. So. Mhm. Und damit der Knoten nicht aufgeht, wenn man das da so verzwirbelt, mache ich immer da hinten so ein kleines Klecks Klebe drauf. Ja. Und man schafft da so ein bisschen fest. Ja, perfekt. Und dann geht der Knoten nicht wieder auf. Ja, man muss aber auch keinen großen Knoten, sagen wir, machen. Nicht, dass man da jetzt versucht, seine Seemannsknotenkünste auszutoben. Das braucht man nicht. So. Ach schön. Und dann hast du Schwuppen an den Hänger fertig. Der ist doch cool. Der ist wirklich cool. Sehr schön. Ich finde das so witzig. Du machst das großartig. Du machst das wirklich richtig gut. So, jetzt hast du noch zwei. Ich stand in meinem Zeugnis in der ersten Klasse auch. Das ist ganz toll, was Peter da macht. Mal hat Peter aber kein Material mit. Dann ist das Material da, aber Peter fehlt. Achso, Schere. Einmal die Schere. Würdest du sagen, dass ich jetzt hier auch nochmal als Basis das Grau mit reinnehme? Ja, mach mal. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und ist das jetzt eben so gemacht? Du hast alle. Ich habe alle. Ich nehme dann alle drei auf Mal, damit ich von allen die gleiche Länge habe. Guck mal, orange ist ja. Also, man hat ja so seine Lieblingsfarben und orange und gelb und so komisches Rot. Das ist das gar nicht. Also, ich bin... Noch so jemand? Kriegt man mich überhaupt nicht mit. Und das kenne ich. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Da könnte man jetzt mal zurückspulen, weil Jester auch absolute Gegner entführt hat. Aber ansonsten ist orange. Aber so ein Knall orange? Ja, ja. Echt? Deswegen, ich finde auch orangene Autos. Manche sagen, um Gottes Willen. Aber das Kollege von mir hat jetzt gerade ein orangenes Auto. Schreie orange, metallig. Ach du Scheiße. Und die meisten sagen, ja, genau. Ja, das wäre... Und ich sage, wow, cool. Nee, das wäre... Nee. Ja, also, gelb... Nein, ist nicht so meins. Nee, gelb auch nicht unbedingt, aber orange. Das ist irgendwie... Ja, das muss mir sein. Finde ich toll. Obwohl, ich habe jetzt gerade ein niegelnagelneues Auto gekauft. Meins war komplett kaputt. Und ich dachte mir, nee, komm, dann holst du jetzt was, woraus du dich wirklich freust und wo du deine Ruhe hast. Mhm. Und den gibt es auch in einem schnittigen Orange. Nein. Doch. Aber... Du kannst du eigentlich noch nie gesehen. Habe ich nur in der Werbung bisher so gesehen. Also, so habe ich ihn bisher auch noch nicht gesehen. Dann dachte ich mir, nee, du nimmst einfach zeitloses Schwarz. Das ist nicht immer. Genau. Hat noch einen besseren Wiederverkaufswert, wenn du noch mal loswerden willst. Ja. Ich glaube, orange und rotes haben eher so die... Die auffallen wollen. Ja. Ich glaube, da hättest du wirklich Schwierigkeiten. Aber da bräuchtest du schon wirklich den richtigen Liebhaar dafür. Mach doch Mitte. Einmal Mitte? Mitte vom Garn halt. Und dann mach so genau, knickst du es einmal und schiebst es von hinten durch. Okay. Gar nicht so einfach mit so großen Fingern, ne? Nee. Das haben wir schon mal. Ja. Ich hab's gerade. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Ja. Die trauffolgenden Sendungen verschieben sich um jeweils 30 Minuten. Och, du zieh dich doch nicht so. Ja, das ist aber auch wirklich fummelig. Also, basteln... Also, hätte mir früher jemand gesagt, dass ich irgendwann eine Pinzette zum Basteln brauche? Ja. Dann hätte ich gesagt, äh, nee, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann dir ja mal eine geben. Du kannst sie brauchst. Na ja, und wir haben ja noch anderes Garn, was noch dünner ist. Und es gibt so unglaublich viele schöne Farben davon. Aber es ist wirklich so dünn. Oh ja. Guck, das ist noch dünner. Das ist ja ganz, ganz fein. Ja. Ich mach dir mal den letzten, ne? Das ist lieb. Sonst dauert das ja ein bisschen. Naja, ich hab das ja wahrscheinlich auch schon ein paar Mal. Du hast da im wahrsten Sinne des Wortes den Dreh raus. Ja. Ich muss mich da noch reinfuchsen. Ja. Aber deswegen sitze ich ja hier, um es zu lernen. Aber meinst du, dass du irgendwann mal denkst, ach, ich glaub, ich hab jetzt mal Lust, eine Karte zu machen? Wenn ich die Sachen da hab oder die Möglichkeit hab, warum nicht? Also das zum Beispiel jetzt, wie gesagt, in Folge, jetzt muss ich lügen, ich glaub, Folge 2 hab ich die Tüte gebastelt mit der Negativstanze zur Konfirmation. Die konnte ich jetzt Ende April auch zur Konfirmation nutzen. Ja. Da konnte ich in das Geldscheinchen rein, hab ein paar Bonbons reingeschmissen. Ja. Und hatte was, was ganz Persönliches. Ja. Genau. Super. Also von daher. Zack. Drei Anhänger fertig. Und schon. Ja. Super. Wunderbar. Die sehen doch süß aus. Finde ich auch. Cool. Schön. Das ist natürlich auch ein Traum für mich, diese Auswahl. Ja, klar. Dass, wenn ich mir irgendwas ausdenke, dass ich weiß, kein Problem, ich hab diese Farbe. Ich hab diesen Stempel, ich hab, also, das ist schon eine ziemlich tolle Sache. Ja. Wie ich immer wieder erwähnen kann, haben ist besser als brauchen. Ja, super. Ja, ich glaube, dann haben wir das erste durch. Oder möchtest du noch mehr machen? Was kann man mit denen genau machen, was du da jetzt in der Hand hältst? Also, im Video hab ich in diesen Fliege-Fuldern, wie hab ich, eine Armin-Tüte genommen. Ja. Die, wo, da waren früher immer unsere Stanzen drin. Achso, ja. So, und wie meinst du, ein paar hab ich davon liegen. Ja. Und, ähm, weil sie ja ein Stück weit zu lang ist, um sie schön durchzuholen, die legen wir da mal rein. Und dann schiebst du sie mal durch die Eckschritte. Und das ist jetzt rein Prägung, dann, ne? Ja, das ist nur Prägung. Dann machen wir nämlich noch diese Tüte und dann kannst du da die Anhänger reinpacken. Ja, perfekt. Ja. Dann machen wir doch das alles schon mal dann in einem Set quasi ab dem Frühstück. Ich finde diese Pergamentüten total schön. Ich möchte da auch irgendwo gerne mal ein Album mitmachen oder du es auf jeden Fall mit in ein Album reinbringen. Mal gucken. Okay, ja. Erinnert so ein bisschen so an so Butterbrotpapier. So, wenn du das jetzt da rausholst, wirst du sehen, wie wunderschön das ist. Oh ja. So cool. Wow. Toll, ne? Also, wie gesagt, wir haben ja hier so kleine Papiersegelschiffchen. Und die sind richtig durch dieses dünne Papier eingedrückt. Das kommt richtig stark hervor. Wahnsinn. Ja, es ist so toll, ne? Das ist echt toll. Das könnte man jetzt auch mit weißem Papier einfach auf eine Karte legen mit Abstandshalter oder sonst irgendwie. Ja, und auch. So. Und ich finde, es ist auch tatsächlich von beiden Seiten schön. Ja, stimmt. Also hier ist es so reingedrückt und jetzt ist es draußen. Einmal negativ und einmal dann hervorstehend. Toll. Ja, cool. Dann packst du die da rein und dann fertig. Fertig. Guck mal. Haben wir doch schon richtig was hier auf die Beine gestellt heute. Finde ich auch. Und ich habe wieder was getan. Wie kannst du den Schatz gut verstecken? Mein Schatz. Was schwebt dir denn oder euch vor allem denn nächste Woche vor? Worüber können wir denn nächste Woche mal sprechen? Weißt du das schon? Hast du da schon eine Vorahnung, was es um uns gehen könnte? Nächste Woche ist Baby angesagt. Baby? Also so zur Geburt und so. Zur Geburt, Kinder, Glückwunsch, Mädchen wie Jungs, tolle Stempelsets mit passenden Stanzen wieder als Bundle. Ja. Ja, coole Geschichte. Fert interessant. Ja. Wie hat es dir denn mit der ersten Folge mit mir gefallen? Okay, cool. Ja, ruck zuck. Hast du toll mitgebastelt. Alles schick. Und ist die Nervosität ein bisschen abgefallen? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, also beim ersten Mal ist ja Neuland. Klar, so saß ich auch mit Schweißpannen vor den Sachen als Jester und als auspackte. So, heute basteln wir nicht so. Oh Gott. Oh Gott. Komme ich hier überhaupt noch lebend raus? Ja, genau. Ja, also fürs erste Mal finde ich, haben wir das ziemlich gut hingekriegt. Ja. Wir haben das toll gebastelt. Freut mich. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen was rüberbringen, was wir hier auch gemacht haben. Das denke ich, doch. Und dann gucken wir mal, wir werden von Folge zu Folge besser. Ist so, genau. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu.kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt ausgestanzt und ausgefragt. Danke. �이